Wie befestigt ihr das Bungie an der zweiten Stufe eures Backup-Automaten? Hallo und herzlich willkommen bei Dive Support. Heute im Video, wie ihr ein Bungie an einer zweiten Stufe des Backup-Automaten richtig montiert, so dass ihr diese Stufe hier bequem am Hals oder unter dem Hals tragen könnt, so dass ihr es im Notfall ganz schnell erreichen und den Backup-Automaten in euren Mund stecken könnt. Es gibt verschiedene Modelle. Es gibt teilweise Dinge, die man hier drüber stülpen kann. Es gibt Knot-Techniken, wie auch immer. Wir möchten euch heute eine sehr sichere Variante zeigen, wo der Automat nicht von alleine aus der Halterung herausrutschen kann. Bei diesen ganzen Knot-Geschichten und auch bei den vorgefertigten Necklaces, die man hier drüber stecken kann, kann es theoretisch passieren, dass ihr euren Automaten aus dieser Halterung herauszieht, ohne dass ihr es bemerkt und dann im Zweifelsfall der Automat nicht mehr dort sitzt, wo ihr ihn erwartet und das auch noch in einer brenzligen Situation, in einer Notsituation, wenn ihr auf den Backup-Automaten wechseln möchtet. Deshalb empfehlen wir, das Bungee oder ein Bungee hier, ein ganz klassisches Gummiband in 4 mm Stärke, direkt mit dem Automaten zu verbinden und somit eine sichere Verbindung herzustellen, damit der Automat nicht ungewollt verloren geht. Dazu bauen wir dieses Bungee in die Halterung des Mundstücks mit ein. Als erstes entfernt ihr hier den Kabelbinder, der das Mundstück am Automaten festhält. Das ist relativ einfach, kann man mit einer Zange machen, kann man mit einer Schere machen, wie auch immer. Einfach hier ansetzen und diesen Kabelbinder... Dann nehmt ihr hier das Ganze ab. Im Prinzip nur diesen abgeschnittenen Kabelbinder, der Rest kann bleiben. Als nächstes das Bungee. Dort sicherheitshalber noch auf einer Seite einen Knoten reinmachen. Wenn ihr wollt, könnt ihr das sehr kurz abschneiden. Dann sieht es auch schöner aus. Die Enden dann aber mit einem Feuerzeug hier noch etwas veröden, sodass ihr hier einen schönen kleinen kompakten Knoten habt. Und dann das Ganze auf der anderen Seite natürlich auch. Ihr müsst hier noch die richtige Länge finden. Passt hier ein bisschen auf. Ihr habt einen Trockentauchanzug, hier wesentlich mehr an Auftrag. Ihr habt hinten noch die Kopfhaube, sodass das Ganze nicht so schön am Hals anliegt. Also seid hier lieber etwas großzügig und kürztes gegebenenfalls nochmal. Nicht, dass es dann nachher zu kurz ist. Jetzt werden wir mal ungefähr so diese Länge hier nehmen. Machen wir hier das Gleiche. Auf die richtige Länge bringen. Einen Knoten rein. Das Ganze wieder kürzen. Das ist aber wie gesagt eine rein optische Geschichte. Und wieder mit dem Feuerzeug hier etwas veröden, sodass ihr hier jetzt wirklich zwei schöne Knoten habt. Dann nehmt ihr einen Kabelbinder. Im Prinzip so wie er drauf war. Entweder vom Hersteller oder aus dem Baumarkt. Der soll halt passen. Er sollte natürlich hier nicht überstehen oder zu klein sein. Er soll hier schön was ausfüllen, so wie es eben das Original auch tut. Und dann zieht ihr den schon mal etwas vor. Steckt links und rechts das Bungee durch. Kann am Anfang noch ein bisschen weiter überstehen. Und dann ziehen wir hier den Kabelbinder wieder fest. Und ihr seht schon, dass diese durch die Knoten das Bungee hier nicht mehr herausrutschen kann. Zieht es nun ganz zurück. Sodass es schön sitzt. Das Ganze soll hier möglichst parallel laufen. Dass ihr im Prinzip, wenn ihr es reinschiebt, dass das hier parallel läuft. Und nicht hier unten oben. So links und rechts angebracht. Und dann ziehen wir hier den Kabelbinder wieder fest. Das Ganze kann ruhig ordentlich festgezogen werden, damit das auch richtig stram sitzt. So wie es eben im Original auch war. Das Bungee, wie ihr seht, gibt ja hier gut nach. Und insofern ist es dann auch nicht so, dass ihr es irgendwie abreißt oder so. Das hält das Bungee schon aus. Das Mundstück sitzt wieder fest. Genauso wie im Originalzustand. Jetzt müsst ihr eigentlich nur noch die überstehenden Längen hier. Die Schere ist nicht ideal für sowas. Vielleicht auch mit einem Seitenschneider. Da tut man sich meistens etwas leichter. Aber es geht auch mit der Schere. Das Ganze auf die richtige Länge kürzen. Und schon habt ihr euer Bungee montiert. Auch wenn jetzt hier der noch ein bisschen weit übersteht. Den kürzt ihr hier möglichst bindig. Da habe ich jetzt gerade nicht das richtige Werkzeug vorbereitet. Also wie ihr seht, könnt ihr nun wunderbar den Automaten hier drüber hängen. Jetzt etwas weit unten. Aber wie gesagt, der Drogi trägt auf. Das Ganze hinten, die Kopfhaube, wird mehr Platz brauchen. Also insofern wird der Automat nachher ungefähr hier hängen. Und so habt ihr ihn immer sicher. Könnt ihn greifen, in den Mund stecken, wenn ihr ihn braucht. Und das Ganze, ich zeige es nochmal hier oben. Im Prinzip wird das Bungee einfach nur links und rechts eingeklemmt. Und durch diese beiden Knoten kann es auch, wenn man kräftig daran zielt, nicht herausrutschen. Und somit habt ihr hier eine sichere Verbindung. Es war eine Weile auch mal üblich, dass man das Ganze ohne Knoten eingebaut hat. Führt aber dazu, dass es doch immer mal wieder rausrutscht. Man kann hier die Überlegung haben, dass wenn es doch einmal in einer Notsituation sein muss, dass man den Automaten herausziehen will, weil man eben sich doch irgendwie verhängt oder verhattert hat. Dann würden diese Knoten blockieren. Der Meinung kann man auch sein. Dann habt ihr aber natürlich wieder das Risiko, dass das Ganze auch ungewollt herausrutschen kann. Ich tauche es bei meiner Ausrüstung mit den zwei Knoten, damit das hier sicher verstaut ist. Und vor allem, was ihr noch habt, ihr seid hier total schlank. Es ist nicht so wie mit diesen Aufsetzlösungen, wo hier noch relativ große Gummis drüber gehen, die dann meistens etwas zurückrutschen, weil sie hier zu wenig Platz haben. Das Ganze dann wieder vorne an der Lippe anliegt, was nicht immer so angenehm ist, gerade bei längeren Tauchgängen. Also mit dieser Variante seid ihr aus meiner Sicht perfekt ausgerüstet. Und der Automat, der Backup-Automat ist auch sicher da, wo er hingehört. Das war es dann auch schon zur Montage des Bunches, des Necklays zu einem Lungenautomaten, zu einem Backup-Automaten. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über jeden Daumen hoch und auch über eure Kommentare zu der Montage. Wenn ihr uns abonniert, freuen wir uns natürlich ganz besonders. So können wir euch ständig informieren und sofort informieren, wenn wieder ein neues Video rund ums Tauchen, Tipps und Tricks zum technischen Tauchen online geht. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Dive Support.